Sie wollen von Rotentiziden oder analogen Pfeilen umstellen auf ein digitales Monitoring für Ihr Unternehmen? Dann sind Sie hier genau richtig. Shieldlingsbekämpfung wird jetzt noch effektiver und noch digitaler mit der E-Meter Tube Trap von Futura. Die Tube Trap bietet nie dagewesene Features und vereint mehrere Produkte in einer smarten IoT-Falle gegen Mäuse und Ratten. Die Tube Trap benötigt zur Einrichtung keine Gateways oder Repeater, sondern kann einfach überall platziert werden, egal wie viele. Dank Ihrer integrierten E-SIM-Karte und internationalen CAD-M- und Narrowband-IoT-Technologie funktioniert sie weltweit, sogar in Bereichen ohne Mobilfunk. Benutzen Sie die Tube Trap mit unserer E-Meter-App für Android und Apple sowie unserem umfangreichen Software-System. Alternativ programmieren wir gerne eine Schnittstelle, API, an Ihre eigene Software. Dank des Zweikammer-No-Touch-Designs können Nager ohne Berührungen entsorgt werden. Die Tube Trap passt perfekt unter Paletten und verfügt über ein offenes Tunnel-Design, das für alle Nager erwiesenermaßen äußerst effektiv ist. Die Farblichen LEDs informieren über den Zustand der Tube Trap sowie die Qualität des Empfangs am Aufstellort. Mit einer Akkulaufzeit von drei Jahren und schnellem Akkuwechsel sowie Wiederaufladung ist die Tube Trap kosteneffizient nutzbar. Die Tube Trap kann übrigens auch im Außenbereich mit unserer neuen Runbox Smart zur Bekämpfung und Überwachung von Ratten und Mäusen eingesetzt werden. Tube Trap ist die einzige Falle, welche ein Monitoring sowie einen Fangmodus besitzt, also zwei flexibel einstellbare Funktionen, in einer Falle, welche Sie per App oder online einstellen können. Im Passive Mode überwacht die Tube Trap nur die Bewegung von Mäusen, wohingegen sie im Active Mode zuschlägt und Mäuse sicher fängt. Sie können mit wenigen Klicks zwischen dem Modi wechseln oder diesem Voraus planen, zum Beispiel von Montag bis Freitag fangen und am Wochenende nur Bewegung überwachen. Innerhalb von Sekunden informiert Tube Trap sie über gefangenen Nager oder Nagerbewegungen und mit unserer cleveren Software sehen Sie auch den genauen Standort. Als Familienunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung stehen wir für Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere langjährige IT- und Schädlingsbekämpfungskompetenz garantiert Ihnen höchste Sicherheit und Datenschutz. Unsere starken Partner wie Fraunhofer, Telekom und Bosch unterstützen uns bei der Bereitstellung von Qualitätsprodukten, die neue Standards im Schädlingsbekämpfungsmarkt setzen. Bringen Sie Ihre Schädlingsbekämpfung auf ein neues Level mit der E-Meta Tube Trap.